Die Reparatur des Heliophagens ist abgeschlossen. Mal sehen, ob unsere Vorbereitung sich auszahlt. Cleese und ich kämpfen mit den Flotten im niederen Orbit. Ihr anderen habt eine Aufgabe. Tötet Lothar und Dine. Haben wir echt eine Chance, das durchzuziehen? Keine Ahnung. Aber eins ist klar. Keiner von uns wird im Dunkeln sterben. Meine Güte, du wandelndes Filmplakat. Machen wir endlich weiter mit dem Weltuntergang. Oh, mein Gott. Danke, Cleese. Ja, ich liebe euch, Idioten. Dann los. Herzlich willkommen zum Zweikampfsofa und Battleborn. Wir spielen mit dem Onkel von Gamers Check LP, Sammerwad Hu. Ja, Hallöchen. Wir machen diese Mission jetzt zum zweiten Mal und haben gelernt, wir haben Zeitlimit und müssen tatsächlich einfach die anderen alle stehen lassen und durchlaufen, weil wir haben es verkackt beim ersten Mal. Hoffen, dass wir jetzt einfach mit der Running Mission weiterkommen und gucken dann mal. Was ich mich frage, müssen wir vielleicht zuerst dort, wo wir jetzt sind, spawnen, dort zuerst den Splitter kaputt machen, weil... Nein, alle Totenschädel müssen wir ja hin, das waren drei Stück, rechts, links, geradeaus. Welchen nehmen wir zuerst? Da, wo wir spawnen. Aha. Ich hätte da, da ist nämlich auch einer. Wir sind einfach weggerannt, das war das Problem. Glaube ich nicht. Wir haben ja den letzten Splitter nicht geschafft. Aber dieses Backtracking war unnatürlich. Das ist sonst nicht der Fall. Oh, das war ja einfach ein riesiges Level. Glaube mir. Winke, winke. Trivial. Aber bevor wir euch reinbringen, müssen wir die Verteidigung ausschalten. Das ist Schritt 1. Alle Bereiche Liste. Einfach. So, da sind jede Menge Gegner, das ist der Erste. Ja, da sind wir von weggelaufen. Nein. Doch. Nein. Doch, das haben wir gekillt. Das haben wir hin gemacht. Zählt doch keiner. Das haben wir deutlich gemacht. Warst du dabei? Nein, ich glaube nicht. Ja, ich glaube auch. Müssen wir ja, bevor wir überhaupt die Jump-Heads haben. Wir sind vorhin falsch gelaufen, glaube ich. Ich zeig euch das gleich mal, wenn wir hier den Raum spätiert haben. Da kann man gar nicht falsch laufen. Eben. Daher dann die Jump-Heads kommen in das Spuk-Schloss. Doch, zeig ich euch. Da kommen doch dann die Jump-Heads. Ja, die Jump-Heads... Siehst du? Guck mal auf die Karte. Da, wo wir jetzt gerade sind. Zentrum. Da, der Erste. Links. Ja, den. Genau. Da musst du hinspringen. Und da sind wir weggerannt. Da sind wir weggerannt. Da ist nichts falsch. Wenn wir jetzt hier links gehen, kommen wir auch zu den Jump-Heads. Siehst du das auch? Wir müssen immer zu dem Schloss hin. Richtig. Das ist immer dasselbe. Völlig wumper. Die Zuschauer. Worte halt selbst. So, geradeaus ist jetzt ein Totenschädter. Ja, es geht schon los, die Zeit. Hab, hab. Einfach durch zum Totenschädter. Nicht aufhalten lassen. Ich komm da nicht durch. Zum Totenschädter ist das schon hier, also... Der Tod. Das ist tot? Ja, das ist... Ich bin knifflig, wenn man da rumsteht. Das ist doch gar niemand. Oh, ich bin nicht am Arsch. Von wegen, da ist niemand. Naja, der Dicke da vielleicht. Der Tod. Nein. Mach sie erst mal weg, die Leute. Ja, wie? Da sind viele, das schaffe ich in der Zeit. Da seid ihr beide weg in der Zeit, wenn ich es nicht einfach reinrenne. Drei, zwei, eins, weg. Hey, jetzt steht hier oben auch einer. Mann, geht doch nicht beide drauf. Ach, Mann, oh. Also durchrennen ist auch nicht so eine gute Idee. Ja, ihr seid ja nicht durchgerannt. Ihr seid ja da stehen geblieben. Ich bin da auch immer durchgerannt. Du musst jetzt... Äh, hallo, ich kam da nicht durch, weil die ganzen Leute da standen. Seht ihr? Ihr seid nicht durchgerannt. Das sag ich doch. Ich bin durchgerannt. Ich stand schon oben. Ich bin schon wieder durchgerannt. Dann bist du halt zurückgerannt, weil du warst nicht bei dieser Statue hier. Ja, weil da oben nix war. Siehste, siehste, jetzt kommt es einfach raus. Das fühlt sich gar nix, Leute. Sieben bei mir noch. Fünf, vier, drei, zwei. Na, Alter. Haben wir ihn? Ich habe es gedrückt, aber es hat nix reagiert. Ja, ich bin wieder da. Okay. Und jetzt, Herr. Ach, Mann, ich bin an meinem Menü. Er auf mich zu hauen, du blöder Arsch. Der neben mir da, der ist ganz böse. Ich war an meinem Menü, um den Skillpunkt zu vergeben. Da ballert der immer auf mich. Ja, schon was verstanden, was du nicht tun sollst? Ja, ach, das ist doch okay. Vielleicht tot. Ich bin weg hier. Ich bin tot. Ach, Mann, ey. Ach, Mann, ey. Das gibt's nicht, ey. Noch zwei Leben, ne? Ich hab's nur da. Nee, ich hab's doch. Ja, auch noch trotzdem zwei Leben, nur noch. Ach, nein, das gibt's doch gar nicht. Was ist denn jetzt los? Ja, keine Ahnung. Also wieder andere Gegner und die sind extrem hart irgendwie. Wer haut mich zweimal und ich bin so gut wie tot, ey. Ja, ich bin auch vierig hart hier, ey. So geht heilen. Oh, danke. Ach, mal verfalscht. Ich bin verheilen. Ach, kein Gott. Was, eigentlich hat man den Kristall hier wieder mal was gemacht, oder was? Ey, der Typ explodiert direkt bei mir, ey. Wie geil ist das denn? Ja, echte Kumpel. Wie mehr ist das, das war? Für uns kann man das auch ganz anders vor, wieder. Alter. Ich bin das hier richtig, gerade, oder? Wie sind das? Wo geht's denn auf? Ja, die ganzen Gegner, die wir vor uns so im Laufen gekillt haben. Die kommen jetzt hier wahrscheinlich alle hingebauen. Ach Quatsch. Was? Quatsch. Ach Quatsch. Bitte nimmst du mich nicht ernst. Ich weiß auch nicht. Ach Quatsch. So. Ist das Ding jetzt hier beruhigt, befriedigt? Ja, ist immer noch ein Totenschädel. Ich bin tot. Ja, kein Wunder. Du wirst immer noch ein Totenschädel. Wisch sie doch mal weg. Wisch sie von der Map. Ich will dich. Das sieht gut aus. Das sieht echt gut aus. Wissen wir eigentlich was machen mit dem Totenschädel? Oh cool. Ein Drache. Ja, der schafft zumindest ein bisschen was. Ey, Alter, stirb jetzt. Ganz genau. Man kann jetzt weiter rennen, tun wir aber nicht, weil der Totenschädel ist jetzt weg. Ah, jetzt, ja, jetzt ist er weg. Pass auf, stopp. Ich kann nicht weg, ich hänge fest in den Gegnern. Sag nicht, stopp. Ja, er ist in den Süden, genau. Genau, die Treppe hoch, da, wo er... Nee, 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 Falschrichtung. Bei ihm hier doch, oder nicht? Ja, genau, bei ihm hier doch, genau, die Treppe hoch hier, genau. Einfach nur hochlaufen. Aber genau das haben wir vorhin auch gemacht. Genau das. Nee, wir sind in die falsche Richtung. Wir sind aufgeteilt und sind in irgendwelche Richtungen gelaufen. Wir sind nachher mal in dem Schloss gewesen, das war zufrieden. Wir sind doch schon in dem Schloss. Wollte ich gerade sagen, wir sind im Schloss. Nein, das ist ein anderes Schloss. Ach, das andere. Das ist ein anderes Schloss. Was machen wir hier? Partytime. Partytime, exzellent. Wir brauchen den Schlüsselmeister, um das Schloss zu knacken. Türen auf, Tür ist offen. Jawohl. Ach komm, hier, putze links. Ich habe noch einen anderen Eingang geöffnet gerade. Wie ist uns das? Ja, da ist der wie ein Flicker rausgekommen, der ganz böse ist. Vielleicht kann man es hinlassen können. Aber ich habe ihn weggekachen. Wenn Galt und Cleese nicht so sehr mit der Flotte zu tun haben, könnten Sie helfen. Ich fordere Unterstützung an. Deaktiviert den Schließmechanismus und legt den Splitter frei. Was habe ich denn hier gefunden? Das ist ein Safe-Raum. Was machst du da eigentlich? Ne, im Fahrstuhl. Ich bin jetzt da. Geil, ich bin oben auf dieser Empore in dem Raum. Ich habe einen geheimen Eingang entdeckt. Ja. Das gewinnt. Kannst du ruhig mithelfen. Ach, denkst du? Ich bin dabei. Sowas von dabei. Das fällen wir gut. Noch 15 Minuten. Und ich sehe nicht, ob die jetzt was tun oder nicht. Ich sehe gar keinen. Da hat jemand den... Ne, du musst erst hier wieder aktivieren. Wie immer. Wie geht, ne? Ach. Aufstellen, wie immer. Wo ist denn das? Jetzt. Hol die Splitter. Tande, was machen wir den ganzen Tag? Wir proben ihn denn nach Hause oder wann? So, wo sind sie? Da. Oh, direkt daneben. Sehr schön. Ich habe die verbastelt. Scheiße. Ne, ich muss noch einlöser. Habt ihr auch was zu tun? Ihr seid so still. Nö, ja. Ja, deswegen... Deswegen sind wir ja still. Ach so. Aber ich sehe nur Zombies. Ja, sind ja auch die ersten Wellen worden. Dann kommen die großen. Und Turrets baue ich ganz viel blöd. Das ist aber kein Zombie. Das ist etwas Ekeliges. Großes. Das ist ganz anders. Den habe ich vorher noch nie gesehen. Hast du denn nicht gesehen, weil der gute Onkel oder ich ihn weggemacht haben? Dann mach ihn weg, weil er ist mich böse. Ich bin echt tot. Aber alleine weggekriegt. Ich kann auch ohne euch. In einer kleinen Zwischenheilung von der feuchten Frau hier. Von der feuchten Frau. Die feuchte Frau ist nicht. Haar, super. Eine feuchte Frau, komm mal her. Oben ist noch irgendwie einer. Neue, ich bin nicht. Ich bin nicht. Wie, Geranimo. Wer hat ein Laser? Laser ist vollend Laser der Typ. Ja, dass dieser den Gn-Lin so schnell rumkitzeln kann. Aber gegen meine feuchte Welle hat der mich das Einzige. Nicht singen. Das war nicht gesungen, das war wenn überhaupt gerappt. Aber das Raps von... Nennen wir es heute Rap. Danke. Genau. Genau, sehr gut. Mundpups könnte man das auch nennen. Wir nennen es heute Mundpups, genau. Super, da ist noch einer. Ich kann genauso gut beatboxen wie du rappen. Nämlich gar nicht. Und das könnt ihr super ritzeln. Und die Tollk hat es kaputt gemacht, das ist ja auch eine Frechheit. Eine gute Unfrechheit. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Und wo, 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 wo ist er denn? Komm doch mal hier, der böse Wilde Watz. Ja, ist fast weg. Die Hälfte ist schon runter. Ja, ich will nicht die Hälfte. Wir brauchen ihn ganz, ja. Ach ja, das ist ja wieder der Vierbeiner. Ah, shit. Wer ist denn eigentlich gerade draufgegangen? Ich. Ah, ich bin fast da. Heil dir. Heil, heil, heil. Auf jeden Fall. Ah, kutschhaft. Hast du ihn geheilt? Ja, ja. Ja, ja, bitte. Ich habe ja schon, danke gesagt. Der Spaß mit dem großen, vielweiligen Spinnen-Dingsbums. Ups. Fantastisch. Du machst das ja super. So, jetzt ganz zurück, ne? Ja, ja, jetzt genau. Ganz zurück. Auf Karte gucken. Genau, gleich hinweg zurück zum anderen Bums. Ich renne mal den Rust hinterher. Ich heile den Rust mal ein bisschen. Ich bin viel langsamer als ihr. Verlass mich nicht. Ich bin der Tach. Wir werden auch langsamer, weil wir hatten gelbe Pillen geschluckt. Aber du hast das insgesamt schneller. Gelbe Drogen. Jetzt bin ich vielleicht schneller als er. Wie ist das? Du hast das? So, schon richtig. Ja, laufen. Einfach durch. Einfach durch, ja? Ich komme da nicht vorbei. Du bist ja putzig, ey. Ich komme da auch nicht vorbei. Ich hänge jetzt fest, weil hinter mir ist einer und vor mir ist einer. Jetzt komme ich durch. Jetzt komme ich genau. Gibt es durch? Ja. Ich bin fast da. Da komme ich nicht durch. Das sehe ich jetzt schon. Autsch. Meine Energie sieht richtig scheiße aus. Aber ich bin durch. Nein! Ach, einer ist tot. Da könnt ihr nichts machen, glaube ich. Wir hängen fest. Ich auch. Du auch in der Glase hier? Ja, ich komme nicht raus. Wo ist der Typ denn? Keine Ahnung. Da ist einer. Ich komme wieder. Bist du da? Ach Gott. Ja, ich bin da. Ja, nein, der Onkel. So, und jetzt weiter. Weiter, weiter, weiter. Die Blase ist doch zu. Ach so. Okay, 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 okay. Welche Blase ist zu? Ich hänge fest. Nein, ich bin in der Blase drin. Oh. Siehst du das? Der erste Baum nehme ich hier zu. Links abbiegen, links abbiegen, links abbiegen. Ne, wo ist er jetzt? Hey, direkt neben mir ist er hingesprungen und fertig, ey. Ich komme. Wo auch? Alter, wir sind beide tot. Ich komme. Ich kann nicht nach. Oh, ihr seht aber auch schon. Ja, wir wollen, wir wollen. Ja, ja, alles gut. Das ist der nächste Kampf. Oh, ich werde geheilt. Ich werde geheilt. Ich nicht. Vier. Ja, ich bin tot. Ich bin auch im Arsch. Wir sind alle tot. Ja, kannst du dich wiederbeleben. Wir haben nur noch ein Leben, wenn wir uns alle wiederbeleben. Nein, nur noch drei. Ja, wenn wir zwei uns jetzt wiederbeleben, wie viel haben wir dann? Achso, dann haben wir noch eins. Ja. Ja, warte, ich komme. Vielleicht komme ich bis zu euch ran. Ach, du Scheiße. Der Smirk guckt auch nur einfach und rechnet und bewegt sich keinen Zentimeter, um jemand zu um. Sehr geil. Ich muss ja nur orientieren hier. Wo bin ich denn hier? Einfach durchs Loch runterspringen. So schwer ist es. Also einfach durchrennen ist auch keine Qualität. Weil ja der Respawnpunkt ist nämlich ganz woanders. Meiner war direkt da drüber. Ich bin nur durchs Loch gefallen und muss da nur einen Gang gehen. Nicht beim Baum. Ja, okay, aber. Äh, Bryce, du schießt, wir sind hier... Äh, 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 äh. Ey, dieser dicke Mobs, der da so immer reinspringt, ey. Der geht mir mächtig auf den Sack. Unlaublich. Wo ist denn dieser Baum jetzt hier hin? Der, 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 der Spitter. Der ist gar nicht hier beim Baum, ne? Das ist der Baum irgendwie. Das ist der Baum? Ja. Nee, aber ich mach's trotzdem. Das ist nämlich nicht der Baum, das ist ein Quack. Doch, der Baum ist der Splitter. Ja, sag ich doch. Wenn gerade mal rund um den Baum gelaufen, da ist der Totenkopf. Okay. Ich glaube euch. Deine Überreste werden mich an unsere Gemeinsamkeit. Hey, mach doch mal was, danke. Ich wollte die Welle nicht zünden. Ja. Die Welle hat geklemmt. Die Welle kämpft? Die Klemmwelle? Hey. Falls ihr Splitter habt, macht die Turrets an, ne? Nicht vergessen, hier sind auch Turrets. Für uns. Boah. Wieder pumpen. So steht. Da muss die Mutter hier euch das erstmal wieder sagen, ne? Die Mutti ist halt immer da, wenn man sie braucht. Oh, das ist total toll. Darf ich mal an deine Brust? Ich hab dich geaheilt. Das reicht. So, durch. So, nächster Punkt. Zum gelben Rechteck, oder? Jo. Ja, mannig. Ähm, du rennst in die falsche Richtung? Nein. Sack, wer? Oh, oh. Vielleicht einfacher gewesen. Ich komm ja auch nicht durch. Scheiße. Mama. Wo ist die Mutti, wenn man sie braucht? Oh, fuck. So, ich bin da. Ja. Ich seh schon. Bin fast da. Sechs Minuten noch. Ich aktiviere, ich aktiviere, ich aktiviere. Au, 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 au. Der Sammler kommt an. Passt gut drauf auf. Er ist ehelteuer. Alter. Okay, los geht's. Ich mach hier mal ein Turret an. Gerade im rechten Moment. Hier ist irgendwie ein Turmgrader gestanden. Was kommt ab der hier? Funk, Funk, Funk. Sind das viele? Das sind ein paar. Und diese Spawn-Punkte, wenn's geht, relativ süß. Ein extra Leben kaufe ich hier. Jawohl, wir erfunden. Alles gut. Wir haben wieder ein Leben extra. Turret steht. Ja, der macht gar nicht mal Turret kaputt, der sagt. Das will ich mal verhindern. Das wäre nicht so langsam geworden. Ach, der verhindert. Ach, der. Der hat seine Temporalfalle wahrscheinlich abgebaut. Ja, das sieht eher aus wie ein Biss oder sowas. Das ist die Temporalfalle. Temporalfalle hat... Das sagt, ihr habt Haufen zu tun. Ja, die sieht aber so ähnlich aus. Ich hab ein Problem hier. Ich seh keine Gegner. Äh, hier sind ohne Ende welche. Wo bist du? Bei euch. Komm. Ja. Du siehst rote Punkte auf der Map zumindest? Ach so, stimmt. Ja. Ich vergesse immer, dort auf die Map zu gucken. Dann war doch was. Meine Krankheit. Kinders. Krankheit? Ja. Dass ich immer vergesse, auf die Map zu gucken. Ein großer Watz! Was? Was ist das? Was ist gut? Warum redet ihr immer so komische Sachen? Was denn? Jetzt haben wir noch fünf Minuten. Das ist immer noch nicht so gut hier. Ich dachte nicht, der Sammler sammelt. Wenn ich mir helfen kann oder so. Du ganz sicher nicht. Es dürfte ja sowieso das letzte sein, oder? Hast du das gesehen? Er macht einfach unsere Pfanne kaputt hier, der Sack. Und er hat sich kaputt gekriegt. Inferno. Aufstieg. Oh, fuck you. Fuck you. Der Falsche. Oh, hier ist ein... Komisch. Ja. Für einer... Ey. Ich habe die Welle gerade gezündet und gekillt, aber dabei bin ich gestorben. Ne, ach ne, der Lefner steht da noch. Der ist irgendwie einer gerade aufgegangen, ne? Ich heile dich, ich heile dich. Ja, das habe ich gerade gesagt. Du hörst mir aber nicht zu. Wieso habe ich dich dann geheilt? Also ich muss aber sagen, bei den ganzen Durcheinander habe ich aber auch Probleme zuzuhören. Also richtig, das zu hören, was ihr sagt. Ich höre, dass ihr was sagt. Vielleicht hören konnten wir schon immer gut, ne? Aber gut gucken, das konnten wir schon immer schlecht. Ich höre, ich höre, dass ihr was sagt, aber nicht, äh, ich verstehe nicht, was ihr sagt. Boah, ich weiß nicht warum. Der Heiler ist tot, oh Gott. Ich weiß nicht mal, wodurch, um ehrlich zu sein. Weil es geht. Wenn man da oben so ein dicker Pferd hat. Vermutlich, aber... Da ist wieder ein großer Watz. Äh, wie ist oben ein Bild? Ach nee, da. Das ist ja geil. Ey, du haust den so weg, ey. Das ist unglaublich. Heliophaden-Verteidigung deaktiviert. Oh, oh. Jetzt sollten wir eigentlich... Euer Einsatz war sehr löblich und ihr seid wirklich... Los, renn, 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 renn. Kommt, drei Minuten noch. Hört nicht auf ihn. Bewegt eure Hintern zur Zentralplattform. Und dann zur Kathedrale von Lenore. Ich rühne doch. Rät der das noch, der auch? Ja, ich versuche. Also das Schnellste, was ich kann, mache ich gerade. Ah, jetzt geht es schneller. Ich habe was aufgehoben hier. Zack, ich bin da. Nee, echt jetzt? Ich weiß gar nicht, wohin ich muss. Kommt schnell, hier ist so ein Dreierplattform. Da müssen wir doch... Du musst dann immer wieder so Jump-Pads. Ja, bin fast da. So, ich bin noch Minuten von der Endphase entfernt. Wie sieht es bei euch aus? Bereit zum Transport. Alles schnellstens zurück zur Zentralplattform. Pipi-Hose. Draufstellen. So. War dann einfach, oder? Oh, jetzt kommt aber ein Bostikor. Das ist doch mein Bruder. Hierher. Ja. Ein wenig trostlos. Ich weiß, ihr wolltet vermutlich an einem helleren Ort sterben. Aber es endet hier. Im Dunkeln. I have a bad feeling. Oh yeah. Render. Zeigt mir eure Stärke. Zeigt mir eure Entschlossenheit. Ich will meine Hose aufhaben. Du kannst mich ver... Aua. Du stehst schon recht davor. Render. Ist der dumm, oder was? Kann ich mir angehen. Render. Bumm. Ich bin fast runtergefallen hier. Es passt bloß auf. Okay. Er hat noch ganz viel Energie, würde ich behaupten. Ja, aber wir arbeiten ja an seinem Schild gerade. Und er haut immer auf seinem Blatt auf. Das ist doch schick. Aber das ist von hinten schön aufgenommen. Machst du ein. Ausch, was war das? Haben noch mehr Gegner hier? Nee, ne? So kann hier auch... Nicht runterfallen. Noch geht's, ne? Ich hab's gesagt. Entschuldigung. Warum machst du das? Ich hab's gesagt. Es tut mir leid. Still ist down. Er jammert. Okay. Sehr gut. Wirklich sehr gut. Nun, denn ich bin entschlossen, das zu schaffen. Und Stolz ist nicht meine Schwäche. Nee, hör nicht ab. Oh, der Attac. Hä? Oh. Guck mal, ein Horizont dahinter. Das ist natürlich eine Metapher, aber... Egal, töte sie. Er ist groß. Hinter mir. Ey, was? Wo ist es? Ich fliege hier. Ich fliege hier wieder. Ich bin, welcher... Ich bin Fall runter. Ich bin Fall runter. Er hat mich runtergeschobst. Ja, ich komme jetzt zu dir. Wo bist du? Arschloch, ey. Sowas mag ich ja überhaupt nicht. Irgendwie bin ich zu leicht. Ich bin immer so leicht wegzuschubsten von... Oh, Zombies. Ich fliege wieder runter. Alter, ich bin... Auch nicht. Ich habe Glück gehabt. Alter. Ähm, ja. Ja, wie bad. Ich sehe... Boah, ich bin so hell. Boah, ich darf sie dich. Komm mal. Oh, Heilung. Bist du ja. Ich bin aber überhüßt langsam. Ich bin grad neben dir. Aber es ist okay. Ich fliege gleich wieder rum. Ey, was? Wo bin ich hier? Wow. Jetzt weiß ich, dass ich bin so erschienen. Der ist genauso doof wie der andere. Dann habe ich hier drüben stehen. Nein, ja, keine Ahnung. Wo bist du denn da? Ja, genau. Die haben mich hier rübergeschobst. Der ist ein Jump-Header. Kann ich nicht rüberjumpen. Ja. Das sah aber irgendwo anders. Äh, das sind auch unsere Kumpels hier, oder? Nein, sind sie nicht. Ähm, ich habe etwas gefunden, was mir nicht gefällt. Hilfe! Ich raff gerade nicht, was wir hier ausrichten sollen. Ich kann es euch sagen. Auf der einen Plattform sind gerade neue Gegner erschienen. Ja, da müssen wir wohl hin. Ich bin mal da. Ich muss gerade abhauen, weil die mich plack gemacht haben, die Säcke. Ähm, der ist jetzt geschützt. Boah, der Goldene hier, alter. Ja, der ist geschützt. Wir müssen den Goldene zuerst haben. Nee, erst die andere. Nee, erst die andere. Ah, vorbeigeschossen. Scheiße. Die hatten seinen Schild. Achso, warum? Ich dachte, das ist andersrum. Ja, genau. Nee, nee, nee. Jetzt hat er keinen. Noch einen hat er noch. Einen hat er noch. Wo ist der Typ? Den hält das? Ich mache ihn gerade. Ich mache ihn gerade kaputt. Der eine ist hier noch und dann ist er schon in der Mitte. Wir machen gerade kaputt den letzten. So, ja. Jetzt ist er weg. Super. Jetzt ist er in der Mitte. Oh, ist immer noch. Nicht runterfallen. Du musst hier erst erst einen Jumppads nehmen. Fast passiert. Ui. So, dann kann man hier an der... Hier hinten sind die Jumppads hier hinten an der Wand. Jetzt hüpft er wieder weg. Der Tod. 16 Sekunden. Da kommt er nicht hin, was? Was bist du? Da hin. Da kommt er nicht hinüber. Da kommt er nicht hinüber. Da kommt er nicht hinüber gesprungen. Du hast das Jumppads verpasst wie ich. Nein, ach, das Jumppads geht mich so in die andere Richtung. Wie geil. Na, das ist ein Jumppads da nicht. Aber die ist weg wahrscheinlich. Alter, Renzo, der hat mich. So, ich kann... Kann reinhauen. Alter, ist das ein Jumppads. Oh. Bringen sie jetzt alle Bosse nochmal, oder was? Ja, alle Bosse kommen nochmal, ja. Ach, nö. Sieht so aus, ne? Doch, doch. Ja. Ja, gar nichts, Lupa. Danke. Wieso schießt ihr eigentlich auch mal auf mich? Kann man aufhauen. Wenn wir keine Zwergerung angeschossen. Ich bin tot. Er hat mich runtergeworfen. Ich bin so leicht irgendwie. Der muss nur mal leicht den Boden stampfen. Dann fliege ich irgendwie schon Kilometer weit. Und schon wieder. Ne, look at. Boah. Das ist ja echt ein Diskrieg. Da irgendwie... ...kriegt da auch nichts abgezogen. Doch, doch, so ein bisschen. Das zippelt immer so. Das sieht man so, aber... ...kriegt da auch nichts abgezogen. Da, 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 da auch gleich die Hälfte runter. Was? Das spielt das selbe Spiel wie ich? Ja. 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 Ach, doch. Oh. Da, gar nichts. So. Pum. Ey, ist da ein bisschen aggressiv, der Typ? Mamaaa! Ey, ich sag du und du! Danke! Du hast einen Drachen angemacht! Glück! Das Drachen tut immer ordentlich was ab! Können wir den auch auf die Plattform runterwerfen? Das ist ja cool, oder? Oh nein! This is Magnus! Wo sind die Jungs? Ich bin gelähmt! Ist ja gelähmt! Naja, du musst nicht immer so hart zu dir sein! Was? Ich bin gelähmt, hast du gesagt! Ja! Du sollst nicht so hart zu dir sein! Geht ihr mal Platte? Ja, danke! Wir haben temporäre Arschlöcher hier! Genau! Die auch nicht kaputt gehen! Sogar nicht! Liebe Zuschauer! Was ihr hier seht ist grausig! Aber cool! Aber cool! Das Schild ist weg! Jetzt kommen wir wieder! Achtung Bomben! Achtung Bomben! Achtung Bomben! Er hat mich schon erwischt! Schild ist weg! Er schießt wieder seine Bomben! Ich kann nicht weg! Hier ist alles rot! Siehste? Wir müssen in der Welle reiten! Ich kann nicht auf der Welle reiten, Mensch! Ah! Nein! Vorbei! Scheiße! Hui! Ein Sippchen für dich! Er ist auf ein Zettel runter! Ich muss mal hoffen! Der macht gleich wieder sein Schild an, oder? Ja! Ich wusste es! Äh... Da hinten! Ach du komm mal her! Das ist doch praktisch! Ungemein! Ey! Diese Raketen erwischen mich jedes Mal! Ah! Ich fliege! Ich bin tot! Er hat mich wieder runtergebummst! Ey! Ist das geil oder ist das geil? Warte! Warte! Ich halte dich! Nein! Ich halte dich nicht! Ich stehe hier neben drin! Es ist ein bisschen kritisch doof! Schaffst du denn? Warte! Siehste? Du bist gestunnt! Oh! So! Gleich bist du tot! Ähm... Kommt da irgendjemand ran? Nee, ne? Ich bin gleich tot! Und weg! Keine Chance! Äh! Komm mal nicht weg! Ich komm mal nicht weg! Ah! Komm schon! Hör auf dich! Raff dich auf! Hilfe! Wo ist hier überhaupt ein Jumppad? Ein Jumppad! Ein Jumppad! Ein Jumppad! Ja! Ja! So eine Madel! Hast du rot? Ja! Ich krieg's immer ab! Ich komm da echt so schnell weg! Und ich geh wieder! Ja! Da will ich auch packen! Scheiße! Äh! Der da! Na! Scheiße! Dieser Drecksack! Der lässt sich... Der hat mein Dreiecks... Und das Beste ist dann immer wenn dann die... 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 Ja! Ist weg! Was ist das? Ja! Super! Der nächste Boss! Ja! Wirklich! Alle! Das ist ein bisschen albern! Albern! Warum? Ja! Das ist jetzt irgendwie... Oder? Ja! Ist schon cool! Ja! Mit was zu tun! Ja! Aber weißt du schon... Alle Bosse die du vorher hattest... Warum ist das so hell hier? Ah! Ah! Es ist ohne Ende! Es ist voller Sterne! Oh! Du kriegst Besuch gerade! Äh! Das ist Schildgenerator! Ich krieg von allen Seiten was ab! Ich steh mitten in den Gegenden! Keine Ahnung! Wo die herkamen! Wieso? Ich hab nichts verwechselt! Entschuldigung! Ich stand nicht wieder genau da wo die Gegner spawnen! Ähm! Ja mach ich ja nicht! Ich bin... Wir sind alle tot! Nee! Nein! Du kannst in der schwarzen Soße stehen! Das ist kein Problem! Deswegen stirbst du auch oder? Weil du in der schwarzen Soße stehen kannst? Weil der Typ da... Siehst du die Horde da? Die halten mich gerade plattgehauen! Ähm! Haltet mich irgendjemand? Ihr könnt euch spawnen! Wir sind alle tot! Ja! Warte ich kann noch zu einem kommen! Warte ich komm! Lauf doch mal! Lauf! Aber hier drinnen kriegst du voll Schaden! Keine Chance! Die Blase ist tot! Yo! Total! Total! So schnell kannst du gar nicht... Okay! Das war's! Du brauchst da gar nicht reinspringen! Die Blase ist jetzt weg! Die Blase ist weg! Ich hab noch 15... 14... 13... 12... 11... Die Schildgeneratoren plattmachen! Schildgeneratoren! Wo sind die denn? Da wo der Strahlen herkommt! Ich hab da erst mal raffen wo der Strahlen herkommt! So ein hab ich das gleich... Nein! Bleib dort stehen! Ich komm gleich wieder hoch! Du kannst mich gleich wieder retten! So einer ist weg! Danke! Ja ich bin am Haie! Danke! Bitte! Danke! Mach doch eure Aufregung Dinge ey! Das ist Wahnsinn! Bist du mal so aufgeregt? Na klar! Ich bin voll drin hier im Spielgeschehen! Guten Tag! Du warst ja auch hierher! Ich dachte ich helfe dir mal! Der geht schneller! Wo ist der andere? Du musst dir grad keinen mehr holen! Ach ne! Das gibt's doch gar nen! Weißt du warum? Wir haben noch null Leben! Du musst mir jetzt helfen! Sonst bin ich raus! Ja ich glaube weh! Scheiße! Leck mich doch am Arsch! Du wirst mich jetzt nicht heilen können! Das weiß ich! Wo ist denn? Warte ich renne zu dir! Ja vergiss es! Nee ja! Ich geh raus! 4, 3, 2! Schaffst du nicht! Vergiss es! 2, 1, 0! Weil wir so weit auseinander sind! Scheiße! Ja! Kannst du da jetzt jetzt zugucken? Wenn man die ganzen Generatorenabschlag machen willst dann geht das halt nicht ne? Alter! Hör mal auf mich zu ballern hier ey! Huiii! Ja der Snorks wird jetzt versuchen die kleinen Mokelstack zu schieben obwohl er könnte auch erst das Obermonster schießen was viel besser wäre weil wenn das Obermonster gleich Luft holt hat es wieder Generatoren die sich hält selbst halt! Also macht jemand das Monster plat! Nicht die Kleinen das Kleinen fliegt! Fragen wir nur ob der, 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 der Gnarkämpfer an das Obermonster rankommt! Was ist denn? Kannst du mich heilen? Wo bist du denn? Ich bin hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Na klar, danke! Alter, dieses Drecksvieh! Mach das Dreck viel kaputt! Das ist die Hälfte runter schon! Ich hab schon wieder wenig Energie! Ich schaff das! Das gibt's wahrscheinlich! Ihr schafft das! Das ist total super wieder erstmal! Er lässt doch schon wieder alles von der Decke fallen! Ach, schon wieder am Arsch! Ich komm nicht weg! Ich steh! Ich steh! Und Mission gescheitert! Scheiße! Mann! Das ist sicherlich eine der schwersten Missionen die wir ja bisher erlebt haben weil sie besteht aus mehreren Teilen und der letzte Teil ist scheißenschwer! Wir sind auch schon in anderen Missionen hundertmal gestorben! Aber das schaffen wir noch! Alle Gegner die man vorher erlebt hat und dann noch den Endboss! Und noch einmal! Ja! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Tschüss! Tschüss!